Wann wird eine Rechtsformwahl überhaupt relevant? Tatsächlich wird man sich nicht allzu oft mit der Rechtsform beschäftigen. Es handelt sich um eine eher seltene Entscheidung, aber eine durchaus wichtige. Anlässe einer Rechtsformwahl oder der Entscheidung über die richtige Rechtsform werden selbstverständlich bei der Gründung eines Unternehmens relevant werden, also der Fragestellung, in welcher Rechtsform möchte ich das Unternehmen gründen. Typischerweise während des Entwicklungsprozesses einer Unternehmung wird es auch immer wieder Schwellen geben von bestimmten Größen oder von bestimmten Rahmenbedingungen, die sich verändern, die es dann vielleicht auch nahelegen, eine Rechtsformänderung vorzunehmen. Eine dritte Gelegenheit und häufigere Anlass, über Rechtsformen nachzudenken, sind Unternehmenszusammenschlüsse oder Unternehmensübernahmen. Hier stellt sich dann die Frage, wie das neu gebildete Konstrukt zukünftig agieren soll und es unter Recht der Rechtsform aktiv sein wird. Was verbirgt sich genau hinter dem Begriff Rechtsform? Rechtsformen sind immer national zu interpretieren nach dem jeweiligen Rechtsraum, in dem man sich bewegt. In der Regel wird jeder Rechtsraum definieren, welche Rechtsformen für Unternehmen grundsätzlich möglich sind. Man wählt dann aus diesem vorgegebenen Rahmen die passende Rechtsform für seine eigenen Vorhaben aus und wählt damit aus einem vorgegebenen Potpourri von möglichen Rechtsformen. Das hat unmittelbare Konsequenzen, sowohl für die einzelnen Personen, wofür sie verantwortlich sind, welche Entscheidungsbefugnisse sie haben, allerdings auch betriebswirtschaftliche Konsequenzen, welche Möglichkeiten mit den einzelnen Rechtsformen für das betriebswirtschaftliche Agieren überhaupt denkbar und möglich sein werden. Rechtsformen regeln einmal das Verhältnis innerhalb der Unternehmung, welche Organe müssen für das Unternehmen geschaffen werden, wie arbeiten die zusammen und wofür sind sie zuständig und welche Verantwortung tragen sie. Die Rechtsform regelt aber auch das Zusammenspiel zwischen Unternehmung und der Umwelt. In welcher Art ist man publizitätspflichtig, in welcher Art muss man Rechenschaft ablegen, wer ist für welche Folgen verantwortlich und wer ist die eigentlich handelnde, natürliche oder juristische Person. Jeder Rechtsraum gestaltet die möglichen Ausgestaltungen der Rechtsformen, die in ihm möglich sind, durch entsprechende Gesetze. Im deutschen Rechtsraum ist es insbesondere das BGB, aber auch das Handelsgesetzbuch HGB, das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz usw. Es gibt eine ganze Reihe von spezialisierten Rechtsvorschriften, die die jeweilige Ausgestaltung der Rechtsformen näher konkretisieren. Rechtsformen werden immer durch den nationalen Rechtsrahmen definiert. So beschäftige ich mich jetzt im Folgenden mit den Rechtsformen, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Man unterscheidet sehr grob zwischen Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Misch- und Sonderformen. Zu den Personengesellschaften wird man automatisch hinzugezählt, wenn man ökonomisch aktiv wird. Man wird zu einer Einzelunternehmung oder einem Einzelunternehmer, Unternehmerin. Manchmal auch als eingetragener Kaufmann, EK abgekürzt. Bilden mehrere Personen eine solche Personengesellschaft, hat man die Möglichkeit, dies als Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu tun oder als offene Handelsgesellschaft, die speziell für Handelsgeschäfte konzipiert worden ist. Eine weitere Möglichkeit bietet die Kommanditgesellschaft. Hier gibt es mindestens eine natürliche Person, den Komplementär, der mit als natürliche Person haftbar gemacht werden kann. Und es kann mehrere Kommanditisten geben, die Einlagen einbringen, aber in ihrer Haftung begrenzt sind. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir drei Hauptformen. Das ist einmal die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH. Die sogenannte Unternehmergesellschaft, die neuerdings dazugekommen ist. Und die Aktiengesellschaft, abgekürzt AG. Bei den Misch- und Sonderformen kennt man vielleicht insbesondere die GmbH und Co. KG. Vom Namen her könnte man denken, dass es sich um eine Spielart der GmbH, also im Kern um eine Kapitalgesellschaft handelt. Tatsächlich bildet den Kern aber die Kommanditgesellschaft. Und als Komplementär agiert hier eine juristische Person, nämlich die GmbH. Man kann so eine Haftungsbeschränkung unter anderem vornehmen. Eine Sonderform in Deutschland bilden die sogenannten Genossenschaften, die früher insbesondere nach dem Weltkrieg genutzt wurden, um zum Beispiel den Wohnungsbau zu befördern. Und hier ein interessensgeleitetes Zusammenarbeiten einer Gruppe von Eigentümern organisieren zu können. Es erfährte bei neuerer Zeit eine Renaissance, weil das häufig gleichgesetzt wird mit nicht kommerziellen Interessen der Personen, die sich dort zusammenschließen. Tatsächlich ist das Genossenschaftsrecht eine eigene Rechtsform. Sie ist also im engeren Sinne keine Person oder Kapitalgesellschaft, obwohl sie von den Ausgestaltungsformen schon viele Züge der Kapitalgesellschaft trägt. Welche dieser Rechtsformen sind besonders relevant und wie wähle ich eine passende Rechtsform für mein Unternehmen? Es gibt nicht die eine perfekte Rechtsform, sondern man muss sich überlegen, nach welchen Kriterien man die Entscheidung der richtigen Rechtsform für sich vornehmen möchte. Zuallererst wird häufig die Haftung diskutiert. Also wer steht dafür gerade und wer muss dafür einstehen für die Folgen des Handelns. Daneben ist aber auch wichtig zu überlegen, wer hat die Leitungsbefugnis, welche Organe sind einzurichten, wie ist die Leitung auf verschiedene Personen oder Organe verteilt. Man muss abwägen, welche Finanzierungsmöglichkeiten mit den Rechtsformen einhergehen, wie einfach oder schwierig ist es, also zum Beispiel Eigenkapital oder Fremdkapital in das Unternehmen aufzunehmen. Man hat unterschiedliche Ausgestaltungen der Gewinn- und Verlustbeteiligungen je nach Rechtsform. Man hat unterschiedliche Auflagen in Bezug auf Rechnungslegung und Publizitätspflicht gegenüber Dritten. Steuerlich gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsformen und eine Frage, die häufig viel zu selten bedacht wird, aber dann doch irgendwann relevant wird, ist die Frage nach der Unternehmenskontinuität. Was passiert also, wenn einzelne wichtige Personen versterben oder erkranken? Wie kann eine Unternehmung trotzdem fortgeführt werden? Hier gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen, die gerade den deutschen Mittelstand berühren. Mit den Rechtsformen gehen auch unterschiedliche Aufwendungen einher. Die korrespondieren zum Beispiel mit der Publizitätspflicht. Und auch in der Mitbestimmung gibt es unterschiedliche Vorgaben, welche Rechtsform zu wählen ist oder wie die Mitbestimmung in den einzelnen Rechtsformen ausgestaltet ist. Diesem Kriterienkatalog gegenüber kann man nun die einzelnen Grundformen der Rechtsformen stellen und abwägen, welche Vor- und Nachteile sie in Bezug auf die einzelnen Kriterien haben. Der Einzelunternehmer steht in der vollen Haftung, wie bei allen Personengesellschaften. Er hat aber auch die komplette Leitungsbefugnis. Er hat eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten, weil immer nur er oder bestimmte Assets von ihm als Sicherheit gelten können. Er hat geringere Rechnungslegungs- und Publizitätspflichten. Allerdings ist die Unternehmenskontinuität sehr schwierig darzustellen, weil tatsächlich das Unternehmen im Kern auf diese Personen bezogen ist. Gleiches gilt für die Personengesellschaften, die aus mehreren Personen bestehen, also für die GbR, OHG oder KG. Es wird ein großer Vorteil, den Kapitalgesellschaften gesehen, dass sie eine juristische Person bilden und hiermit also die Möglichkeit besteht, die Haftung von natürlichen Personen zu beschränken. Allerdings ist das dann auch verbunden mit der Auflage, bestimmte Organe zu bilden und bestimmte Leitungsbefugnisse aufzuteilen. Man hat erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten, hat aber auch eine weitergehende Rechnungslegung und Publizitätspflicht. GmbH, UG und AG sind also Ausgestaltungsformen dieser Kapitalgesellschaften mit juristischen Personen, die andere Ausgestaltungsmöglichkeiten gegenüber diesen Kriterien erfüllen. Versucht man die Vor- und Nachteile dieser Grundformen miteinander zu kombinieren und einen anderen Kompromiss zu finden, kommen vielleicht Misch- und Sonderformen ins Spiel, die gerade schon genannte GmbH und Co. KG oder zum Beispiel die Genossenschaft. Sie ermöglicht das Zusammenagieren mehrerer Personen in der Ausgestaltung ähnlich einer Kapitalgesellschaft, aber mit doch deutlich veränderten Rechnungslegungs- und Publizitätspflichten. Auch das kann eine interessante Alternative sein. Wenn man die Unterschiede zwischen den Rechtsformen verstehen will, hilft es wahrscheinlich, wenn wir uns erstmal mit den Grundtypen beschäftigen und diese gegenüberstellen. Auf der einen Seite die Personengesellschaften, auf der anderen Seite die Formen der Kapitalgesellschaften. Grundsätzlich sind die Personengesellschaften, und das bringt der Name eigentlich schon gut zum Ausdruck, immer auf natürliche Personen fokussiert. Also auf einzelne oder mehrere Personen, die im Mittelpunkt der Unternehmung stehen und die hier auch die Leitungsbefugnis als Eigentümer haben. Bei der Kapitalgesellschaft bildet man gesetzlich vorgegebene Organe, zwischen denen diese Leitungsbefugnis dann auch aufgeteilt werden muss. Bei der Personengesellschaft stehen die natürlichen Personen in Haftung. Die einzelnen oder mehreren Personen haften mit ihrem umfänglichen Vermögen, ihrem privaten Vermögen, während ich das bei der Kapitalgesellschaft begrenzen kann auf die jeweiligen Einlagen dieser Personen. Bei der Besteuerung sind bei den Personengesellschaften die individuellen Einkommensteuern relevant, während bei den Kapitalgesellschaften die Körperschaftsteuern greifen. Weitere Unterschiede gibt es dann in Bezug auf Publizitätspflicht, Unternehmenskontinuität, Rechtsformaufwendung und auch die eigene Rechtsfähigkeit. Bei den Personengesellschaften habe ich insbesondere ein Problem mit der Unternehmenskontinuität. Das heißt, wird eine wichtige Person im Unternehmen krank oder verstirbt sogar, kann es schwierig werden, das Unternehmen fortzuführen. Manchmal ist eine Auflösung gesetzlich geboten. Man muss sozusagen eine Neugründung vornehmen, was auch in Vertragsverhältnissen zu Komplikationen führen kann und häufig nicht gewünscht wird, aber zu spät erkannt wird. Hier bieten die Kapitalgesellschaften deutlich einfachere Möglichkeiten, die Unternehmenskontinuität sicherzustellen, auch wenn einzelne Personen ausfallen sollten. Es ist der typische Unterschied zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, dass die Personengesellschaften keine eigene Rechtsfähigkeit haben, sondern immer die natürlichen Personen, auch die rechtlich Haftenden sind. Und auf der anderen Seite die Kapitalgesellschaften, gerade durch das Bilden einer eigenen juristischen Person, die Rechtsfähigkeit erwirbt, gekennzeichnet ist und damit auch diese Begrenzung der Haftung einzelner Personen, natürlicher Personen, bedingen kann. Welche sind typische Merkmale eines Einzelunternehmens? Jeder, der in Deutschland aktiv wird, ökonomisch aktiv wird, wird rechtlich gesehen zu einer Einzelunternehmerin oder zu einem Einzelunternehmer. Tatsächlich sind 70 Prozent der in Deutschland aktiven Unternehmen in dieser Rechtsform aktiv. Zentrales Kennzeichen ist die zentrale Position, die eine natürliche Person einnimmt. Sie hat die volle Leitungsbefugnis, aber auch das volle Haftungsrisiko. Sobald mehrere Personen gemeinsam aktiv werden, bilden sie eine Personengesellschaft entweder in der Form der GbR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, oder in Form der OHG, der offenen Handelsgesellschaft. Vorteile dieser Rechtsform liegen in einer relativ geringen rechtsformspezifischen Aufwendung, einer sehr geringen, manchmal gar keinem Publizitätspflicht gegenüber Dritten. Bei der OHG müssen sie eine Handelsbilanz erstellen, und es kann gegenüber dem Finanzamt notwendig werden, zur Klärung steuerlicher Fragen entsprechende Aufstellungen zu führen. Sie haben aber keine weitergehenden Rechnungslegungspflichten, die vielleicht mit den anderen Rechtsformen individuell verbunden sind. Welche Merkmale sind charakteristisch für die Kommanditgesellschaft? Eine besondere Form der Personengesellschaft bildet die Kommanditgesellschaft oder KG. Man muss hier unterteilen zwischen Komplementären auf der einen Seite und Kommanditisten auf der anderen Seite. Es muss mindestens eine natürliche Person geben als Komplementär, der die volle Leitungsbefugnis hat, aber eben auch die volle Haftungsverantwortung, das volle Risiko trägt mit seinem Privatvermögen. Die Kommanditisten hingegen sind Personen, die ihr Risiko beschränken können auf eine Einlage, die sie in das Unternehmen hineingeben. Damit ist von vornherein auch die Leitungsbefugnis zunächst einmal anders ausgestaltet. Sie haben zunächst einmal nur die Möglichkeit, Kontrolle, Überwachungsaufgaben im Sinne von Schutz ihrer Einlage zu übernehmen. Das kann durch Vertragsgestaltung noch etwas anders ausgestaltet werden, aber die Risiko-Nutzen-Position ist ja eine andere. Im Vergleich zu den anderen Personengesellschaften gewinnt die Kommanditgesellschaft also an Möglichkeiten, die Eigenkapitalbasis zu verbreitern, indem zusätzliche Kommanditisten als begrenzt haftende Personen aufgenommen werden. Es verbleibt aber dabei, wie bei den anderen Personengesellschaften, mindestens eine natürliche Person steht im Mittelpunkt, haftet mit ihrem Privatvermögen und hat auch die komplette Leitungsbefugnis. Welche sind typische Merkmale von Kapitalgesellschaften? Ja, schauen wir uns die Kapitalgesellschaften etwas genauer an. Hier bilden drei Formen die Kapitalgesellschaften. Einmal die GmbH, dann die UG und dann die Aktiengesellschaft, die AG. Zunächst die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist eigentlich die typische Mittelstandsrechtsform. Das heißt, sie ist gedacht für kleine und mittlere Unternehmen. Die beteiligten Personen können ihre Haftung begrenzen auf die Einlage. Das Gründungskapital beträgt mindestens 25.000 Euro, kann aber im Laufe der Zeit aufgestockt werden und erweitert werden. Geschäftsanteile können auf verschiedene Personen verteilt werden. Eine Mindesteinlage liegt bei mindestens 100 Euro. Man muss in einer GmbH bestimmte Organe bilden, die sogenannten Leitungs- und Kontrollorgane. Sie bestehen aus der Geschäftsführung. Das muss noch nicht mal ein Gesellschafter sein, dem sogenannten Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung. Die Haftung ist hier, wie bei allen Kapitalgesellschaften, auf die juristische Person begrenzt. Das heißt, sie haftet zunächst einmal mit dem Stammkapital. Man hat unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. Man kann durch die Aufnahme weiterer Gesellschafter die Eigenkapitalbasis erweitern oder die bisherigen Gesellschafter durch eine Nachschusspflicht auch dazu verpflichten, ihren Anteil zu erhöhen. Bei der Fremdkapitalalternative geht es um die Frage der Kreditwürdigkeit, die hier in der Regel beschränkt ist, zunächst einmal auf das Stammkapital der GmbH. Wenn dies nicht ausreicht, werden typischerweise juristisch gesehen auch natürliche Personen in die Pflicht genommen, die dann Sicherheiten bieten müssen, damit entsprechende Fremdkapitalvergabe von den Banken gewährt wird. Entsprechend der Einlagen teilt sich normalerweise auch die Gewinne und Verluste auf. Das heißt, das ist paritätisch nach den Gesellschafteranteilen eigentlich vorgesehen. Allerdings gibt es ja ein dispositives Recht. Das heißt, man kann das über Gesellschaftervertrag auch anders regeln. Die Rechnungslegungsvorschriften sind ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft relativ hoch und damit auch die laufenden Aufwendungen, die hierfür verbunden sind. Insgesamt ist die GmbH die richtige Rechtsform, wenn man in einer überschaubaren Größe das Haften der einzelnen handelnden Personen begrenzen will, aber auch gezielt zwischen verschiedenen Personen verteilen will. Die Unternehmergesellschaft ist neu dazugekommen. Die Unternehmergesellschaft richtet sich vor allen Dingen an Gründerinnen und Gründer, die also am Anfang vielleicht noch scheuen würden, die Rechtsform der GmbH zu wählen, weil sie diese Mindesteinlage von 25.000 Euro am Anfang noch gar nicht aufbringen wollen oder können. Bei der Unternehmergesellschaft läuft sich die Mindesteinlage zunächst mal nur auf einen Euro. Man ist allerdings verpflichtet, in den ersten Jahren, sofern Gewinne erzielt werden, diese Gewinne auch dazu zu nutzen, das Stammkapital schrittweise zu erhöhen, bis man am Ende eigentlich bei einer normalen GmbH landet. Das heißt, die Unternehmergesellschaft soll die Barriere und die Eintrittshürde senken, damit Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer auch von Anfang an die Möglichkeit haben, in einer Kapitalgesellschaft zu agieren. Für Großunternehmen ist die klassische Rechtsform die sogenannte Aktiengesellschaft. Hier erfolgt vor allen Dingen die Kapitalversorgung dann über Aktien, das heißt, das Unternehmen hat die Möglichkeit, auf Aktienmärkte Anteilsscheine zu verkaufen. Die Aktieninhaber sind die Gesellschafter und Kapitaleigner, die auch den Mittelpunkt der zu bildenden Organe darstellen. Die Kontinuität dieser Geschäftsform ist hier unabhängig von den einzelnen Personen. Ich kann die Anteilsscheine auf weitere Personen übertragen und bin auch nicht darauf angewiesen, dass einzelne Personen den Mittelpunkt der Unternehmung stellen. Das Grundkapital liegt hier bei mindestens 50.000 Euro, kann aber durch die Ausgabe von Aktien beliebig weiter erhöht werden. Als Leitungsorgan gibt es die sogenannte Fremdorganschaft statt Selbstorganschaft. Das heißt, durch das Aktiengesetz wird genau vorgeschrieben, dass es mindestens die drei Organe Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand geben muss. Die Aktiengesellschaft unterliegt relativ strengen Prüfungs- und Publizitätspflichten, wie sie von den Kapitalmärkten vorgeschrieben werden, zum Schutz der Kapitaleigner, damit ihre Interessen gewahrt bleiben. Gucken wir uns kurz die drei relevanten Organe an, die mit einer Aktiengesellschaft immer gebildet werden müssen. Den Mittelpunkt bildet die Hauptversammlung. Sie ist das oberste Organ der Aktiengesellschaft, weil hier ist die Zusammenkunft der Kapitaleigner. Diese setzen einen Aufsichtsrat ein, der in ihrem Sinne das Handeln des Vorstandes überwachen soll und mit denen wesentliche Leitpunkte über zukünftige Ziele und Strategien des Unternehmens abgestimmt wird. Der Aufsichtsrat setzt dann die Geschäftsführung, den Vorstand ein und überwacht ihn auch in der operativen Durchführung seiner Aufgaben im Sinne der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kommt häufig, meistens nur einmal im Jahr zusammen. Der Aufsichtsrat tagt häufiger und überwacht den permanent agierenden Vorstand und die Geschäftsführung. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es häufig anders. Man nimmt den Vorstand als eigentlich die zentrale Instanz wahr. Wenn man sich den Aufbau der Organe hier anschaut, sieht man aber, im Mittelpunkt steht die Hauptversammlung. Die beauftragt den Aufsichtsrat und die setzt ein und steuert und überwacht den Vorstand, der die täglichen Aufgaben erfüllt. Sind auch Mischformen bei der Wahl der Rechtsform möglich? In der Praxis haben sich eine Reihe von Mischformen zwischen Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft gebildet. Eine der bekanntesten ist die GmbH und Co. KG. Als Grund des Namens könnte man vermuten, es handelt sich um eine Spielart der GmbH. In Wirklichkeit baut sie aber auf auf einer Kommanditgesellschaft und ist somit eine Form einer Personengesellschaft. Man versucht, die Haftungsvorteile einer Kapitalgesellschaft zu verbinden mit den Steuern und Leitungsvorteilen einer Personengesellschaft. Bei einer GmbH und Co. KG bildet nun nicht mehr eine natürliche Person den Komplementär, sondern eine juristische Person, eben die GmbH. Dies ermöglicht mir einerseits, die Haftung aller natürlichen Personen auf ihre jeweiligen Einlagen zu beschränken und zum anderen auch sehr wichtig, die Unternehmenskontinuität sicherzustellen. Das heißt, der Fortbestand der Unternehmung ist nicht mehr vom Gesundheitszustand oder der Existenz einer einzelnen Person abhängig, sondern kann über die GmbH auch weitergegeben werden oder anders ausgestaltet werden. Weiterhin sind verbunden mit dieser Mischform auch die Möglichkeiten der zumindest teilweise Umgehung der relativ strengen Publizitätspflichten für Kapitalgesellschaften und vor allen Dingen auch steuerliche Vorteile, weil sie nach wie vor behandelt wird wie eine Personengesellschaft. Welche Literatur können Sie zur Vertiefung empfehlen? Ich denke, dass deutlich geworden ist, wie wichtig die Rechtsformwahl ist. In den ersten Blick wirkt es vielleicht wie eine relativ trockene, uninteressante Fragestellung. In Wirklichkeit ist es aber eine der am meisten interessierenden Fragestellungen, wenn man sich tatsächlich mit der Unternehmensgründung oder mit dem Wechsel von Rechtsformen beschäftigen muss. Ich konnte jetzt nur einen kurzen Überblick geben, damit Sie die Grundzusammenhänge verstehen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall hier auch in der Literatur nochmal das eine oder andere Detail nachzulesen. Wir bieten Ihnen hier eine Übersicht der Grundlagenliteratur, die dann auch wieder verweist auf die speziellen Fragestellungen, die mit den Einzelrechtsformen verbunden sind. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020